So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid, in der wir diesmal hoffentlich nicht so wagemutig sind und viel weiter hüpfen und springen als wir sollten. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Wunderbar. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Kirsche, ah, ah. Ja, die hab ich verpasst. Naja. Ja, genau. In meinem wagemutigen Leichtsinn hier jetzt noch in Kirsche zu kommen, habe ich natürlich jetzt hier die Granaten aufgenommen. Mit denen man einfach wahnsinnig viel Spaß haben kann Na, wenigstens eine Kirsche So, Spreadgun Sollten wir hinkriegen So halbwegs Naja, eigentlich nicht wirklich Genau, stirbt Pistole Kanaten, Pistole Komm hoch Schau dich Pass auf mein Feigling Nein, 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 nein Vergiss es So was sehe ich doch gar nicht ein So So, und jetzt ist die Frage Wo Wo finden wir das Zahnrad? Hm, hier geht's weiter Ah, schön Ah, noch viel schöner So, ich hab Johnny Fartpants gerettet Johnny Furzhose So, aber das reicht mir noch nicht so ganz Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich diesen ganzen, ganzen Quatsch wieder zurückschwimmen Wen haben wir alle gerettet? Acht mir! Und ich habe ein Checkpoint Das ist doch schön Es gibt hier einen Ausgang Ah, ja Ja, genau Nein, nein, ich will die Kirsche Weg hier Weg hier, weg hier, weg hier Aber ey, ich habe ein Checkpoint Was soll die kann? So, auf Wiedersehen Und ein Dynamit Sehr, sehr, sehr schön Das andere Dynamit ist da Da komme ich so nicht hin Dann muss ich von mir Möglich hier runter So komme ich da auch nicht rein Ah Eieiei Ist ja fast magisch Bratwurst ist magisch So, und wir haben wieder ein Checkpoint Ähm Was muss ich noch erledigen? Ich muss noch das Tunnelsystem verlassen Und ich muss die Wasserscherben finden Also die Wasserkugelscherben Na, wenigstens haben die bloß Ne, Wasserlunge Gut, darüber Da gab es auch noch Stellen, wo ich nicht hinkam Ich habe schon wieder die Pistole Gut Ähm, so kann man das machen Muss man aber nicht Aber ich habe ja jetzt zum Glück Einen Checkpoint So, hier ist der Ausgang Äh Hier ist der Ausgang Ich schäle das ja mal wieder für den Eimer Da will ich nicht hin Und da Also die Laserspinnen Gehen mir gerade ein bisschen auf den Senkel Uuuuutsch Aua Freck Das war so klar Ach ja Naja, wir haben ja noch zwei Ja, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, okay Ein paar Minuten haben wir noch Aber die Scherben habe ich noch nicht gefunden Vielleicht sollte ich mal auf der Karte gucken Wo die denn sein könnten Darüber und da hoch Also hier geht es definitiv nicht weiter Ähm Aber vielleicht sollte ich erst meine Continuous verwenden Bevor ich weitere Hoffentlich verwenden kann Muss, Brauch, Darf, Soll Wie auch immer So, es geht immer weiter darüber Immer weiter, weiter, weiter Äh, nein Da oben Okay, da komme ich jetzt aber vermutlich nicht hin Genau So, wie ich das vermutet habe Hm Ich komme aber da hoch Ja, ich habe es nicht gesehen Ich wollte einfach mal gucken Ob da Kirschen dabei sind Aber offensichtlich nicht Wobei ich da hinten vermutlich rüber muss Einfach noch ein paar So, da wollte ich hin Da oben sind Scherben Ich bin jetzt nicht mal so Ja, genau Dann nochmal zwei Scherben Ich muss den Wasserlevel nochmal annehmen Dann können wir über alles andere diskutieren So Da drüben geht es weiter Ich bin aber eigentlich der Meinung Da war ich schon Vor allem war da eine Sackgasse Genau Weil ich eigentlich komplett wieder außen rum muss Und hier diese Genau Ach ja Diese Karte ist schon ein bisschen Bisschen, bisschen, bisschen Ein bisschen Weil diese Karte so bisschen ist Ist sie ein bisschen, bisschen Ne Oh Gott, ich hoffe ich muss mich nie Blablabla Ich hoffe ich muss mich nie anhören Weil eigentlich Zähle ich hier echt nur Stutz So Aber das Viech ist tot Das ist nämlich das Entscheidende Das Viech ist tot Und ich weiß wo ich hin muss Und ich hab den Letzten Speicherpunkt Ist aber unerheblich Denn das Viech ist tot So Dafür brauche ich den Dynamit Brauche ich die silberne Karte Äh, silberne Karte Ja genau Silberner Schlüssel So Darüber Wenn ich da rüber spreng Dann geht es da zum Ausgang Das sollte hoffentlich Nein Reichen nicht Das könnte reichen Wir machen jetzt eine kleine Über Das reicht immer noch nicht Das könnte reichen Und wunderbar So So Haben wir diese Karte endlich auch geschafft Und auch noch richtig in der Zeit Die Wasser Dingsbumscherben Die haben wir noch nicht Die werden wir noch kriegen Ähm Ich hab ganze drei Folgen Für das Ding gebraucht Offensichtlich Die nächste Karte Die wir machen werden Sie ist Die Uncharted Cavern Äh Cavern 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 Also die Nicht vermessene Höhle Also Die Uncharted Auf keiner Karte zu finden Ähm Wir diskutieren jetzt lange Gar nicht lange Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Und wünsche euch Einen wunderschönen Tag Und wenn ich schon dabei bin Dann wünsche ich euch Glaubt noch einen wunderschönen Tag Nur denn macht's gut Oder besser Aber nicht zu oft Bis dann Man sieht sich